Die Galzigbahn befördert bis zu 2.200 Personen aus dem St. Antona Oats Zentrum auf den Galzig. Das beansprucht das Material wie zum Beispiel das 11,5 Kilometer lange Seil Enorm. Aufgrund der gesetzlichen Fahrsicherheitsvorgaben wurde nun für die Wintersaison das Seil getauscht. Wir legen zur Zeit bei der Galzigbahn ein neues Seil auf. Das funktioniert folgendermaßen, man sieht es oben im Hintergrund, dass wir das alte Seil kappen und das neue auf der Trommel mit dem alten Seil verknüpfen und mit einer Winde wird das alte Seil dann aufgetrommelt und gleichzeitig ziehst du das neue Seil auf die Strecke. Mit dem alten Seil haben wir das neue Seil eingezogen und das neue Seil ist auf zwei Teillängen geliefert worden. Somit haben wir nach der ersten Teillänge einen Verbindungsspreis gebracht, dann ist die zweite Teillänge weitergezogen worden. Heute sind wir fertig geworden mit dem Seil, also die ganze Anlage ist mit neuem Seil versehen. Jetzt haben wir dann gespannt heute Vormittag, jetzt sind wir auf Vollspannung und machen jetzt den Endspreis. Die Mitarbeiter wissen da schon, um was es geht, da da sehr viele Anlagen sind in St. Anton und immer wieder etwas zu Schleißen ist, wissen die genau, um was es da geht und was da die nächsten Schritte sind. Man tut sich da relativ leicht, wenn die Leute ein bisschen Bescheid wissen über die ganze Sache. Die Qualität vom Seil ist sehr gut, punkto Dehnung, wenn wir die Kompakteinlage verwenden, die Plastikeinlage. Somit hat man sehr wenig Dehnung und eigentlich ein sehr hochwertiges Seil und garantiert die Sicherheit der Gäste im Winter. Wir sehen uns beim nächsten Mal.